Herzlich Willkommen bei UetersenTV. Mein Name ist Luke. Heute sind wir beim Reiterhof in Thornisch. Reiten ist ja eigentlich so eine Sache für Mädchen. Und deswegen haben wir heute mal einen Jungen von unserem Team mitgenommen. Sven, komm mal her. So. Sven, der zeigt mal heute, dass Jungs besser reiten können als Mädchen. Ja Sven? Jo. Gut. Dann machen wir uns mal in die Arbeit und los zum Reiten. Ja, okay. So, jetzt habe ich hier Susi, der Gehörterreiter hier. Hallo Susi, Luke. Man hört ja öfter, dass sich Leute beim Reiten verletzen. Hast du dich schon mal beim Reiten verletzt, also doll verletzt? Nein, noch nie. Also du bist noch niemals vom Pferd gefallen? Doch, schon oft. Aber man muss sich nicht immer zwangsläufig verletzen. Und es ist auch eine Frage dessen, ob man es gelernt hat zu fallen. Und von daher habe ich damit keine großen Probleme gehabt. Also man lernt zu fallen beim Reiten? Ja, genau. so Untertitelung. BR 2018